So, willkommen wieder und es kommt zurück zu einer wunderbaren neuen Ausgabe hier in BeamNG3 von einem wunderbaren weiteren Special-Video. Wir sind wieder auf der Sprungschanze und ja, die letzte Folge kam ja an Heiligabend und da haben wir ja auch ein paar das wieder runtergeschubst. Ich habe mich gefragt, so, hättet ihr vielleicht Bock, dass ihr vielleicht ein bisschen größtkalibrigere Fahrzeuge diese wunderbare Sprungschanze runterschubst? Und ich sag mal so, das Feedback war relativ eindeutig. Ich habe gefragt, zeigt mal mit dem Like, ob ihr Bock drauf habt. Und ich sag mal so, ihr hattet auch immer Bock drauf. Vielen, vielen Dank für den brutalen Support und den letzten Sprungschanze-Video. Dankeschön dafür, freut mich wirklich sehr. Und natürlich, euer Wunsch ist mir genehm, deswegen werden wir heute ein paar wunderbare Fahrzeuge diese Rampe hier runterschubsen. Wird lustig, ich habe mir ein bisschen was rausgesucht. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen, ja, ein paar dickere Kollegen. Ich hoffe, wir kriegen die auch alle hier unter der Trasse durch. Sonst muss ich gleich mal gucken, wie wir das machen. Aber kriegen wir schon hin. Und ja, wir fangen mit diesem wunderbaren KFC an. Lasst euch jetzt nicht von den Texturen verwirren. Irgendwie lädt ihr die bei dem Fahrzeug alle nicht rein. Aber ein wunderbares Wohnmobil, basierend auf dem Gervoel H-Series. Und ich würde sagen, das ist ein ganz guter Einstieg. Das ist noch relativ klein, dieses Fahrzeug, im Vergleich zu dem, was wir alles noch mal hier runterschubsen werden. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, schauen nochmal, was so geht. Und ja, gucken mal. Natürlich, schwungtäglich müssen wir sehr darauf hoffen, dass die G-Kräfte uns helfen. Die meisten Fahrzeuge werden natürlich überhaupt kein Top-Speed haben, weil es immerhin LKWs und Busse sind. Und die nicht dafür gelassen sind, mit 300 über die Bahn geflogen zu werden. Aber gucken mal. Guck mal, hier 200. Das Wohnmobil ist ganz schön schnell. 216 geht es hier über die Rampe. Und guck mal, was eine schöne Flugbahn. Er hat eine schöne Flugbahn. Guck. Nebenbei, natürlich weiß ich letztes Mal, die Pessimars sind so scheiße gewesen, weil sie viele Aerodynamik haben. Aerodynamik ist so am Pressdruck da. Die sollen ja genau das nicht machen, was wir hier machen. Ich weiß. Danke nochmal für die Aufklärung. Das war natürlich Quatsch, dass ich dann gesagt habe, Flügelweg, die müssen weit fliegen. Natürlich fliegen sie dann teilweise eben nicht weit. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass die Pessimars jetzt gerade von dem Wohnmobil geschlagen werden. Just for your facts. Nur damit ihr Bescheid wisst. Weil wir fliegen hier nämlich entspannte... Ich denke mal, gucken, da sind die 250. Entspannte 240 werden wir jetzt hier schaffen. Und da sprengen wir uns mal ein bisschen die Aufhängung weg. Aber 240 geht ein Wohnmobil. Ja. Wäre jetzt auch nicht gedacht. Aber das ist schon mal ein guter Einstieg für die Folge. Natürlich lassen wir auch schön weiterfliegen. Und einmal schön in den Pool gedöpt, das Ding. Wunderhübsch. Sehr gut. Irgendwie läuft der Motor noch. Ich weiß noch nicht, wo der Motor... Ist doch komplett woanders. Wie geht's? Der Motor ist doch gar nicht mehr existent. Hier, läuft da hinten irgendwo. Irgendwo hinten im Kofferraum, da rennt unser Motor. Oder ne, hängt irgendwo unter... Ach ne, da hängt er. Naja, auf jeden Fall... Äh... Ja. 240. Nicht verkämpft, würde ich sagen. Äh, er ist im Robant sehr erfolgreich gewesen. Fahren wir weiter fort. Nämlich mit dem Captain Gavriol T-Series hier in der wunderbaren Beton-Mische-Edition. Nebenbei, kurzer Hinweis auch, falls ich jetzt wunderbar über runterspringen, lasse da keine Wrack stehen. Ähm, leider werde ich bei der heutigen Ausgabe darauf versichten müssen, die Autos da alle unten zu lassen, wie ich es sonst immer mache. Ähm, weil die meisten Fahrzeuge, die wir heute testen, sehr groß sind und viele abfallende Teile haben. Und dass die Performance hier überhaupt nicht hilft. Und dementsprechend werde ich immer mal kurz, kurz nach dem Unfall schnell aufräumen. Ne, die... Äh, ne, Sachen beseitigen. Und dann schmeißen wir den nächsten runter. Und ja, wie gesagt, nächste Mal runterschmeißen ist dieser wunderbare Beton-Mischer, liebe Leute. Und ich würde sagen, wir lassen fliegen. Machen wir mal ein bisschen Schwung aufbauen. Ich glaube, bis wir unten sind, ist der Motor kaputt, weil meistens, Topspeed-Technisch, trennen wir hier schnell eine Begrenze mit den Dingern. Aber es ist schon der zwölfte Gang und jetzt wird durchgeladen hier. Oh, da wird der Motor gefliegen bei zwei... Junge, so Geräuschkulisse, als würdest du gerade eine scheiß Atombombe starten wollen. Bei 215 Sachen, die Beton-Mischer hier am Runterschubsen. Das muss man den LKWs lassen. Die liegen sehr schön in der Luft. Die liegen wirklich sehr schön in der Luft hier. Und er macht... Da macht er eine 260. Er macht eine 260. Da macht der Beton-Mischer eine 260. Und er legt sich auf den Weg dahin komplett. Ich sollte beim nächsten Mal meinen Headset-Alyzer stellen. Das war ganz schön laut. Aber what the fuck? Das war nicht verkehrt. Und ehrlich gesagt haben wir unseren Beton-Mischer ja auch über die ganze Map jetzt verteilt. Das hat doch auch was. Bei so viel Feuer hilft natürlich dann nur noch die Feuerwehr nämlich hier mit dem 6000er ETK-Mod in der Feuerwehre-Edition. Also wir haben ein bisschen wunderbar Gewicht dabei, wunderbar hier Löschmittel, allen D-Stats. Und da unten, ich sag mal so, unser wunderbarer Beton-Mischer hat sich ein bisschen aufgelöst. Und da müssen wir natürlich jetzt noch ein bisschen nach aufräumen. Deswegen würde ich sagen, Feuerwehr, gib ihm. Die Nacht ist natürlich alle am Diesel-Motor. Die sind jetzt eben nicht dafür bekannt, 300 auf der Autobahn fahren zu können. Deswegen haben wir leider das Problem, dass die meisten Motor-Motoren bis zu unten ankommen schon komplett am Limit rennen. Ich meine, der Beton-Mischer lief gerade bei über 200 Sachen. Die Geräuschkulisse heute ist aber auch ein Weg. Das klingt eher als wenn sie straight neben der U-Bahn stehen. Was fliegen die denn alle so weit? Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Machen wir den nächsten Rekord. Das sind die 270, ne? Da ist... Komm, eine 280. Ich lasse eine 280 zählen. Komm, da gehen wir mal das schöne 280 hier. Und ohne Probleme angekommen. Aufhängen ist ein bisschen gebrochen. Und dann gibt es den Abgang. Wunderschön. Hier nochmal... Ja, wunderbar. In das Häuschen vom... Hier, ne? Vom DRG-Fritzen. Vom... Vom... Wachtmeister. Nein, wie heißt das denn? Vom... Der, der überwacht, dass keiner absäuft. Der... Ne? Bademeister. Dankeschön. Haben wir es auch geschafft. Aber... Es ist... Wenn wir so weiter machen und die Autos... Also, ich habe ja noch ein paar Autos, die ein bisschen schwerer sind auf der Liste. Also, wenn die noch weiter fliegen, freut es mich. Aber... Es ist sehr interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass wir solche Meter stehen. Ich habe mir gedacht, es wird eher so, wir kippen einfach nach der Rampe runter. Und das war es. Weil uns natürlich unten deutlich zu wenig Objekte rumgeflogen sind, habe ich mir gedacht, nehmen wir doch mal einen Haufen wunderbare Baumstelle mit auf diesem wunderbaren Utility Truck, den wir hier haben. Ähm... Ja, gut Antrieb. Schöne Offroad-Reifen, die wir hier natürlich nicht brauchen, weil wir eine wunderbar smooth asphaltierte Abschlussrampe haben. Oder Skisprung-Schanze, den ich mir mit nennen möchte. Und ja, wie gesagt, Baumstelle... Ich weiß nicht, ob die einzeln rumfliegen können. Wenn ja, sehe ich gleich mit dem PC brennen. Wir werden sehen. Gut, schicken wir runter. Wie gesagt, 2,80. Also, es kann eigentlich nur besser werden. Oh Gott. Ne, wir haben ein bisschen mehr Gewicht. Die Baumstelle haben ein bisschen mehr Gewicht. Ich weiß noch nicht, ob das einzelne Objekte sind. Oh, wir hängen jetzt schon im Begrenzer. Also, ich gehe daran, weil er nicht schnell genug schalten kann. Wir bauen zu schnell Geschwindigkeit auf und Gänge wechseln zu können. Egal, ob... Alter, alles über 200 Jahre in LKW ist. Das sind aber auch Geschwindigkeiten, Junge. Da willst du auch nicht davorstehen, ey. Ey, das ist doch... Was ist denn hier los? Was sind denn das für Distanzen, die hier gesprungen werden? Schwere, 2,80, ne? Ne, das ist jetzt... Ne, das war jetzt 2,30. Das war jetzt eine schöne 2,30. Schöne 2,30 und die Aufhängung hat es komplett gesprengt. Das wird jetzt sehr lustig. Weil die hintere Aufhängung nicht mehr Teil des LKWs ist. Oh Gott. Und wir werden kippen. Okay. Der Holzstab ist 1. Ich dachte, das wäre ein einzelner Holzstab... Ah, hol, hol, hol. Ja, wisst ihr Bescheid. Einzelne... Baumstämme. Ne? Heute habe ich es mit den Wörtern. Aber leider nicht. Aber war trotzdem schön. Also vor allem, weil es im direkten Aufhängung gesprengt hat, es runtergekommen ist. Ja, das ist jetzt sehr enttäuschend, muss ich sagen. Nur 2,30 Meter mit einem LKW. Also, da bin ich mehr gewohnt. Weiter geht's mit dem wunderbaren M-A-N-T-G-S6. Ein Mod, der ich schon sehr, sehr lange mal irgendwann mal vorgestellt habe. Das ist schon sehr, sehr lange im BIM-NG-Mod-Forum. Aber immer noch ein sehr, sehr schöner Mod. Und, äh, ja, ich würde sagen, ist ein sehr guter, gutes Pendant zum Utility Truck, den wir gerade hatten, der so ein bisschen auf dem Scania basiert hat. Und natürlich haben wir jetzt hier einen Gewichtsvorteil, ne? Wir haben eine leere Ladefläche. Also, dementsprechend die Leistung, die der Kollege hier abruppen kann, die kann er komplett holen, ohne eben von Gewicht ausgedreht zu werden. Obwohl wir, wünsche ich, gleich wieder uns maximal den Motor abbumsen werden, weil, ja, begrenzter Fahrer, die seinen Vater hier bergunter. Weil das LKW-Getriebe so schnell nicht schalten kann, wie hier die Gehkräfte diese Wagen abruppen ziehen. Ja, hier dasselbe Ding, aber komm, die 200 sind auch wieder drin. Und wir qualen schon sehr fröhlich. Komm, komm, 200 sind drin. Okay, sind sie nicht, der Motor ist jetzt schon geplatzt. Ne, 200 haben wir trotzdem drauf, 204 Sachen in M-M-NG. Aber das war der erste Motor-Schaden. Wir hatten die anderen, haben es geschafft, nicht vor der Rampe kaputt zu gehen, oder bevor sie ankommt. Da ist mir nur eine entspannte 200, die hier angekommen wird. Aber wir können weiter schön am Gas bleiben. Also, wir können weiter rollen lassen, der Motor geht ja nicht, wir vergessen, dass wir am Gas bleiben. Oh Gott. Uuuuh. Quadratisch praktisch gut, sagt man doch, ne? Ja, das war doch, glaube ich, ich glaube, quadratisch praktisch gut war der Satz. Hoppla. Ja, das Becken, ich glaube, das Becken bräuchte ein bisschen mehr Auslauf. Oder vielleicht ein bisschen weniger diese Spitze zusammenlaufende. Das wäre, ich bin kein Crash-Tag-Experte, aber ich glaube, es könnte helfen. Auch die kleinen Timis wollen natürlich auch mal diese Schwiegsprungschanze erleben, ne? Kann man den Timis nicht verübeln, muss man sagen. Das ist hier schon ein Erlebnis. Und natürlich, deswegen haben wir uns einen schönen Bus geholt. Natürlich, ihr wisst schon, da gibt es eine Special-Version noch. Ah, die Szenale dieser Folge wird wild, würde ich behaupten. Ähm, dementsprechend. Aber wir wollen ja erstmal mit den normalen Fahrzeugen loslegen, weitermachen. Ähm, deswegen, ich würde sagen, die kleinen Timis sind alle nicht angeschnallt, weil ich glaube, in dem Bus gibt... Weiß nicht, haben wir Anschnallgurte? Wir können ja mal kurz gucken, ob die Timis Anschnallgurte haben. Nein, die fliegen rein, los durch die Kiste. Egal, gut, wollen wir loslegen? Ich habe sie gewarnt, ähm, wird ein wilder Ritt. Ich mag die Geräuschkulisse heute, Alter, es klingt einfach alles so wild. Oh, der Motor platzt gleich. Oh Gott! Oh, das wird laut. Oh! Alter! 200 Sachen im Bus, Junge! Oh, was, eine Flugbahn... Wo zähle ich denn jetzt, wo er jetzt einschlägt? Ah, das sind 190. Naja, 190. Okay, Busblick 190. Was ist denn mit der Geräuschkulisse los? Oh Gott! Ah, mein Ohr! Alter, was ist denn los mit ihm? Das sind Frequenzen, die möchte ich nicht, Alter. Ah! Das Gute ist, wir wissen ja, dass man auch im Bus weiterfliegen kann. Da werden wir gleich noch sehen. Aber 190 für den Bus, naja. Ich habe gesagt, es geht noch ein bisschen wilder. Eigentlich habe ich gesagt, ich wollte noch andere Fahrzeuge zwischen mir. Aber ich würde jetzt gerade gerne das Bus-Duel gerade in diese Folge mal ein bisschen reinquetschen. Und es gibt noch ein paar Motor, die bauen sich schöne Busse, nämlich so ein hier, den Danceworth. Und, ähm, ja, ihr seht, wir haben, ähm, Raketenantrieb, wir haben Flügel. Ähm, höchstlich werde ich den gleich nicht in die Wertung reinfließen lassen können, weil ich keine Zahl finde, die ich da aufschreiben könnte. Aber, ich habe den Ruh jetzt trotzdem mal aus, weil ich wollte unbedingt mal im Bus diese Rampe runterschubsen. Und vor allem mit, äh, mit Flügeln und Raketenantrieb. Und, äh, ich mache mal B an, dann gehen die Raketen nämlich los. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob er mal zum Bus kann, wenn er über den Spielsburg-Ranze fliegt. Komm! Gib ihm, Flugzeug, flieg! Oh, oh, ähm, 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 das ist jetzt... Oh, ich bin ehrlich, was habe ich erwartet? Ja. Ist komisch aber auch, dass ein Bus mit Flügeln und einem Raketenantrieb ausgestattet von der Skisprung-Ranze fliegen kann. Wir kommen ja auch irgendwann wieder runter. Also nebenbei da hinten ist die Map, falls es interessiert, wir sind ein bisschen out of bounds. Hier und da so. Ganz kleines bisschen. Was passiert, wenn ich die Raketenantriebe anmache? Oh, oh Gott. Dann zerfetzt die Karre einfach nur. Gibt es auch irgendwo, schlagen wir auch irgendwo wieder auf? Oder ist das jetzt einfach der Void, in dem wir einfach unendlich weit fliegen? Ja, der Raketenantrieb geht sogar nochmal. Können wir ein bisschen tiefer fliegen? Ja. Ich wollte gerade sagen, da kommt kein Untergrund mehr, aber ich nehme es zurück. Alter, habe ich mich verschrocken. Oh, Junge, was soll das denn? Mach das nicht mit mir, ich bin doch alt. Gehen wir zum nächsten Fahrzeug, da brauche ich nichts aufschreiben. Kommen wir natürlich jetzt zum einzig wahren Hiwo-Bass. Vorder von einem Kollegen, der hat keinen Flügel, der haut uns jetzt nicht ab, das ist das Gute. Ich hoffe, der Kollege bleibt jetzt hier. Also ich habe Ausschüsse, dass er uns zu weit fliegt, aber ich hoffe zumindest, dass er irgendwo einschlägt. Das wäre ganz cool. Nehme ich hier wohl nochmal mein Hiwo-Bass vom Spiel selber. Schönes Cape dran, Raketenantrieb. In Farben der Demokratie gestrichen. Das ist schön. Und ich würde sagen, wir lassen einfach mal losfliegen. Raketenantrieb schmeiße ich gleich an. Ich will erstmal kurz die Rampe geschafft haben, also diese Kuppe hier. Weil sonst fliegen wir schon vorher ab. Und da würde ich mal sagen, lasst den Spaß beginnen. See ya. Über 300 Sachen werden hier eingenommen und... Oh Gott. Und da machen wir einen schönen Frontflip. Das war sehr zielgenau. Da kannst du sagen, was du willst. Das war unfassbar zielgenau ins Becken getroffen. Also ins Waschbecken, vor allem ins Poolbecken, wenn ihr wisst, was ich meine. Das lief gut. Also, er hat ab dem im bestimmten Moment, wo der Motor geplatzt, da hat man dann diesen leichten Loop. Da hat er dann nicht mehr seine Flugbahn so konstant halten können. Da haben wir so eine leichte Unterbrechung in der Aerodynamik gehabt. Aber bis dahin... Er hat auf jeden Fall die weite Sprung jetzt. Also ich schreibe die jetzt mal nicht auf, weil das kann man sich schenken, weil wir sind halt im Pool gelandet. Aber ich wollte es mal ausprobiert haben. Ja, kommen wir zu einem kleinen Performance-Monster. Also nicht im Sinne von dieser LKW, sondern Performance-Monster. Dieser LKW würde meinen PC verlangen. Nämlich den Crash Hard 8x8. Wir hatten ja schon den Crash Hard Classic damals. Und der hat auch schon damit getrumpft, dass er sehr, sehr viele abfliegende Teile und deformierbare Teile hat. Und das ist natürlich beim 8x8 Truck nicht anders. Wirklich jedes verfickte Teil in diesem Fahrzeug hat eine J-Beam-Struktur. Also dementsprechend alles kann mit allem kollisieren. Und wenn dieser Wagen sich einmal auseinander löst, haben wir da unten ein Gemetzel von meiner Frame Rate. Das wird nicht mehr schön werden. Aber ich wollte ihn mal ausprobieren. Er sieht cool aus. Es sieht wirklich alles sehr viel nach Teilen aus, die abfliegen können. Und ja. Vielleicht kann ich die Distanz gar nicht lesen, weil es unten einfach explodiert. Die Frame Rate ist jetzt schon ein bisschen im Keller. Aber das wird gleich sicher besser werden, wenn da unten alles auseinander fliegt. Schauen wir mal. Vielleicht bleibt noch in einem Stück. Da hoffe ich ja so ein bisschen drauf. Oh Gott, die Plane wackelt sogar richtig schön. Hilft meiner Frame Rate überhaupt nicht. Aber ich wollte es mal wieder haben, dass sie den schönen Wind wackelt. Oh, Alter. Oh, der kriegt da was mit drauf. Oh, oh. Oh, das war die Plane. Die Plane hat sich gerade verabschiedet, Leute. Bei 42 Sachen fliegt die Plane ab. Auch interessant. 270. Oh, das könnte ein neuer Distanzrekord hier werden. Also für normale Fahrzeuge, nicht für Busse mit Raketenantrieb. Oh. Ne, 92. Doch, 92 werden wir schaffen. 2,90. Haben wir 92 schon? Hatten wir nicht. Ja, neuer Distanzrekord hier mit den LKWs. Oh Gott. Da fliegt gerade ganz viel viel ab. Oh, meine Auffällung ist gebrochen. Oh Gott. Oh. Alter, ihr fliegt ganz schön viele Teile rum. Ach, du Scheiße, fliegt hier viel rum. Ist ja nur so ein Grippe, wie so 1000 Füßler vom LKW noch übrig geblieben. Der Rest hat sich komplett verteilt. Also im Klammern, er liegt da vorne, wenn ich euch das mal kurz demonstrieren kann. Werdet mal. Da vorne liegt das Führerhaus, glaube ich. Ist das das? Ja, doch. Hoppla. Ist nicht mehr viel von übrig. Das hat sich komplett in die Latente gewickelt. Da brennt der Tank. Hier liegt noch ein Reifen. Hier liegt der Aufbau. Da hinten liegen auch noch brennende Sachen. Also der hat sich auf jeden Fall schön quer einmal über die Map verteilt. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Wunderbar. Bevor wir gleich zum Abschluss der Fahrzeuge kommen, ich habe hier noch zwei, die ich auf jeden Fall vorzeigen möchte. Ich will ja gleich noch ein paar schöne Sattelzüge hier runter hermachen. Schöne Ecke haben wir hier mit dem Aufliegen drauf. Also können Sie auch sagen, das kommt gleich auch noch. Ja, schicken wir einen Panzer runter, ne? Vamos. Da brauchen wir euch schon wieder reden. Das ist ein Panzer. Ich habe auch nicht, dass hier wahrscheinlich viel kaputt geht. Ich habe auch nicht hier gehofft, dass wir viel Tempo aufbauen werden. Oh Gott, wir bauen überhaupt gar kein Tempo auf. Oh, das ist das Traurigste, was ich jemals hier runtergeschubst habe. Na gut, lassen wir die Physik arbeiten, ne? Ich meine, das ist ein Panzer, der hat ein bisschen Gewicht. Die physikalischen Kräfte lassen uns mehr Geschwindigkeit zu. Es wird der Traurigste Sprung überhaupt. Ich hatte ganz vergessen, dass der Panzer nicht wirklich schnell ist. Aber wir können immer noch schießen. Und das ist immer noch ziemlich cool. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Das bringt uns jetzt nicht viel, aber... So, als kleiner Side-Fact, wenn wir hier gerade mit 47 kmh die Rampe runterrollen... Bitte roll nicht aus. Wir kippen... Das wird das Fahrzeug sehen, was da einfach runterkippt, wenn es überhaupt ankommt. Komm, komm jetzt. Bitte bleib nicht stehen. Roy, kipp jetzt die Rampe runter. Fehlt Anstand. Komm schon. Dein Ernst? Dein, dein, dein... Nö. M-m. Komm jetzt mit... Ja, ich glaub, es hackt, Alter. Ich glaub, ich glaub... Ne, 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 ne. Der kann jetzt hier mal schön runterfliegen. Ich bin jetzt hier nicht, der ist da runtergefahren, damit der jetzt hier stehen bleibt. Bewegt deinen Arsch jetzt hierher. Runter jetzt hier. Abgang. Komm, vamos. Danke. So, wie ist es irgendwas? Machen wir weiter. Wer nur über dicke Dinge redet, darf natürlich auch ein Monster Truck nicht fehlen. Leider finde ich die CRGZ, ähm, oder die, grundsätzlich die Monster Trucks nicht mehr, ähm, beziehungsweise sind die immer outdated meistens und werden nicht mehr wieder regelmäßig geupdate. Aber CRGZ hat ja beim Supra-Mod, ähm, auf Basis von dem Monster Truck eben die Supra umgemodelt. Und, ähm, 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 oder Piraciprasu, bla bla bla, ihr wisst, wie ich's meine. Und deswegen haben wir trotzdem die Möglichkeit, Monster Truck in uns zu stehen. Das sind die Chancen, aber der jetzt nicht supercool, aber ich wollte mal gucken, wie weit Monster Truck fliegt. Ähm, weil das... Ich weiß nicht, hat sich da jemand schon mal Gedanken gemacht, was Monster Trucks auf Stilsprungskanzen so aushalten? Wir gucken mal. Aber vielleicht hier einen neuen Rekord schaffen. Die da 92 momentan vom Crash hat. Hier das... Ah, ich hab... Ich nehme nur Autos, die keinen Top Speed haben. Es ist die... Es ist heute die Folge der nicht Top Speed-fähigen Fahrzeuge. Die LKWs sind ja schneller runter. Das wird traurig. Naja. Oh ja, das wird echt traurig. Oh Gott, das ist nicht mal mehr traurig. Das ist einfach nur... Das ist einfach nicht okay. Das ist nicht traurig. Das ist einfach nicht okay. Und bei euch so... Ich hab mich jetzt aufgewühltet. Das wäre die coolsten Fahrzeuge. Ich überlege, ich habe nachgeleitet. Ja, die Fahrzeuge hatten ein wenig Top Speed. Das kann gar nicht gut werden. Idiot. Kommen wir nun zum spaßigen Teil. Ein paar Zugmaschinen hier runter schleppen, weil dann hat man nicht nur ein LKWs zerlegen, sondern auch einen wunderbaren Hänger, der noch mitzerlegen. Das ist ja einmal die Traumkombination. Deswegen hier einen schönen Tankanhänger an unserem wunderbaren T-C-Ös, würde ich sagen. Wir versuchen mal erstmal hier Schwung zu kriegen. Das dauert erstmal ein bisschen. Dann geht es in die Kuppe runter und dann lassen wir die Physik ihres Amtes walten. Ich hoffe zumindest, dass die Physik uns auch Top Speed-mäßig ein bisschen helft. Aber ich glaube schon, weil, naja, der Ecke wird jetzt nicht nur gewicht, sondern es pusht ja auch von hinten was Ungebremst mit drauf. Und das wollen wir natürlich hier haben. Oh, Junge, Junge. Mit über 200 Sachen hier. Mit dem Tankanhänger hinten dran. Geht's über die Rampe. Oh, goi. Ui, 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 das gleicht sich aber schön aus. Hat sich gesperrt. Oh, ne, jetzt macht der Ecke mit. Hoppala. Jetzt gibt sie schön den schönen Dive nach vorne. Auf eine wunderbare... Ja, was haben wir da? 2,30 wäre es wert. Eine 2,30 am Ende. Die Hänger hat es komplett gesprengt. Ja, lief doch wunderbar, liebe Leute, würde ich sagen. Wunderbärchen war das. 2,30. Gibt schick aus. Hat es doch schön gesprengt, den Hänger hinten. Ich muss sagen, es hat sich am Anfang wie so ein bisschen... Du kannst es komisch ausgeglichen sein, so wenn der Hänger wie vorne runter. Dann hängt er wieder mit und da sah es schön aus. Was ist besser, als mit ein bisschen Tankanhänger runterzubelein? Genau, mit 20 Tonnen wunderbare Stahlrohre im Nacken. Da fühlst du den Schießprung, dann schanzt du gleich viel, viel sicherer an. Und vor allem, wie gesagt, natürlich kann man physikalisch jetzt einfach noch viel mehr im Nacken hängen. Und das ändert ja nur an unserem Topspeed. Und ja, mehr Topspeed erlaubt mehr Weitsprung. Und mehr Weitsprung, aber auch bei Chaos. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das ergibt einfach alles Sinn. Passen Sie jetzt schön auf. Schön, fast mit 32 hier den Hang runter. Ich möchte ja nicht, dass die Rohre... Also wenn die Rohre sich lösen, dann hast du aber... Dann hast du auch nächsten Tag ein bisschen Nackenschmerzen. Oh, fast 300. Goh, 270 werden die abgespult. Und unsere Achsen haben sie aufgelöst. Das ist mit... Oh Gott! Ui, 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 ui! Alter! Junge, der Hänger hat ja gerade mit uns Flickflack gespielt. Als die Rohre sich gelöst haben, war die Zugmaschine nur noch Spielzeug. Ey, da ist die jetzt jetzt so hier auf den Beckenrand gehämmert. Alter Verwalter. Ja, ist auch nicht mal so viel übrig. Das Problem ging da los, als unsere vier, unsere eine Achse und hinten sich die Achsen verschieben. Weil guck mal vom Hänger, wie krumm die Achsen sind. Das gab einen Aufschlag, wunderbaren Sturz. Feier ich nochmal. Mit so viel Starrhund hinten drauf ist Sturz eben nicht so zuträglich. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, die Weihnachtszeit war vor einer Woche. Aber, äh, ja, ich musste trotzdem sein, diesen wunderbar beleuchteten Tasty Cola Weihnachts-Truck hier runterzuschubsen. Das musste jetzt einfach sein. Das ist einfach eine Pflichtveranstaltung. Also wenn man hier alles runterschubsen darf und auch den Truck vom Weihnachtsmarkt hier runterschubsen, wo ich gerade schon ein bisschen die Kontrolle hier runterverliere. Oh Gott. Ich hab's noch im Griff. Ich hab's noch im Griff. Alles gut. Oh ja, okay, wir fahren Schlangenlinien. Vergesst es. Oh ja, schön, ja. Ja, da hängt immer ein bisschen durch in der Mitte. Das ist nicht immer so ganz so praktisch. Oh Gott, und der Hänger fängt jetzt vor allem an, nach einer Spur zu fliegen. Als, als... Ah! Okay, der hat mir gerade meine Hinterachse... Oh, okay. Ja. Jetzt werden wir von unserem eigenen Hänger verfolgt, der sich meinte abzukoppeln. Oh! Oh, das gibt schon viel Tasty Cola drin. Hab's überlebt. Oh Gott, leider bin ich. Au! Schön, ob die A-Seile noch einen Hänger bekommt. Das ist unangenehm. Wenn du so eine Rampe runterfliegst und dein Hänger fängt plötzlich gar nichts zu überholen, dann wird dir ein bisschen mollmig dabei, Alter. Wirst du nicht so... Oh, 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 oh. Kommen wir zum krönenden Abschluss dieser wunderbaren Folge. Ich würde vielleicht nochmal eine wunderbare Folge geben, wo mir diese Fahrzeuge, die diesen Abhang runter schubsen. Ja, ihr wisst hier den Berg runter. Jalla, gib ihm dies, das. Ihr wisst Bescheid, wo man einfach, ne, dieses Downhill-Madness-Gedönse. Wenn ihr Bock drauf habt, wisst ihr Bescheid. Kann sein, dass es mit dem Fahrzeug auch nochmal kommt, weil es bietet sich auf jeden Fall sehr an, weil da gibt es ja noch mehr Verstörungen. Auf jeden Fall, ja, ich habe gesehen, diesen Dance-Wurf-Bus gibt es noch mit Passengern. Ihr seht, da sitzen wir drin, hier als Stick. Wir sitzen hier vorne, da, da. Und da hinten sitzen die ganzen wunderbaren Timmis. Die waren ein bisschen lange in der Sonne und den Gelenken hat es auch nicht so gut getan. Aber wir haben auf jeden Fall sechs Stück von ihnen dabei. Und ja, das kann hier nur gut werden, würde ich sagen. Gucken wir doch mal, was passiert. Wir und die Timmis fahren mal diese wunderbare Schießprung-Ranze hoch. Schießprung-Ranze? Ich weiß nicht, warum ich ranze die ganze Zeit. Es ist eine Schießprung-Schanze. Es ist ganz simpel. Eigentlich kann man das nicht versemmeln. Warte mal, ich will mal ganz kurz. Ich würde eigentlich gerne... Perfekt, die Perspektive hätte ich gerne. Einfach die Chaos-Packstive aus der Rückbank. Wunderschön. Sitz hier so drin, guckst du die Gegend an, während dein Fahrer vorne einfach mal eine Schießprung-Schanze runterballert. Oh, ich kann nicht langsamer machen. Ich kann leider nicht Slow-Mo machen. Okay, dann gehen wir wieder nach außen, weil sonst sehen wir nicht so viel, was passiert. Ich will irgendwie kein Slow-Mo zulassen. Oh, ich bin aber noch entspannt. Ui, 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 ui. Jetzt geht's ab. Und ab die Forst. Wuhu. Ich glaube, es geht noch allen gut, ne? Oh, oh. Das ist doch blöd. Der vorne ist ganz entsetzt von dem Unfall. Wir gucken mal kurz nach. Okay, dem Fahrer geht es nicht mehr so gut. Dann haben wir... Wen haben wir doch? Die winken alle ein bisschen fröhlich. Aber sonst geht's, ne? Ja, sonst geht's. Ja, der Fahrer ist halt auf die Beifahrerseite geknallt, aber sonst. Spring der Wagen auch nicht mehr an. Ich hänge da ein bisschen auf Ab 8. Ich hoffe, ihr nicht. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Silvester. Ihr feiert schönes Neujahr rein. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen, guten Rutsch, Leute. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem ganzen gerne einen Daumen oben da lassen. Wir sind es im neuen Jahr wieder. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr habt Bock. Wird ein geiles Jahr. Und dann bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Nichts. Tschö, tschö. Tschö, tschö. I bet on me and my team